Hallo, guten Morgen, guten Mittag, Mahlzeit und guten Abend und gute Nacht, meine Damen und Herren. Was war das? Nein, was drück ich da? Ich will keinen Fehler machen. Willkommen bei einer Runde Topspin mit Miro4534 im Finale in Indien. Ne, im Turnier im Indien. Wir haben Teddy Tukur locker geschlagen mit 3-0-3-0. Und jetzt geht's gegen Drag-Speed-Speed. Und der ist ein Loser. Platz 48, ey. Naja, ich hab ne braue Tasche, und da drin ist ein Kondom. Und ausfick dich, war noch am Singen. Du willst Skill haben? Das wird gar nicht ein kurzer Card. Also 15 Minuten lang. Glaub ich? Und jetzt ist leck, da gab es ein kleines Wörter. Na, na, slow motion. Sag ich mal, das ist kein Leck. So. Bam. So. 40 Love. 40 Love. Und, auf. Puh. War da nicht aus, war da nicht aus. Boah, das läuft so langsam. Ja, das ist doch gut für mich. Kann ich eine Sekunde länger belegen? Hm, nach links laufen oder nach rechts? Spannung pur. Man sieht die Anstrengung in mir. Ja, ihr könnt nicht in mich reinschauen. Ja, oh, das erste Game schon gewonnen. Super. Super. Ja, wird geil. Gut. Dann wieder Leck. Und der schafft auch den roten Balken. Du kleiner Noob. Ich nenn dich jetzt Noob. Und die Eier gefressen. Das gibt nochmal 50 extra Punkte. Bei Bulletstorm. Out. Hey, stimmt. Ich hab die Seite gewechselt. Da ist nicht mehr das Pepsi-Zeichen drauf. Warum? Gucken wir das Hintergrundbild der Bäume an. So echt? Ich hab das von einem Foto gemacht. Nein! Nein! Nein, 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 nein. So. Das ist anstrengend. Wo ist mein Handtuch? Gleich. Das ist doch nicht Indien. Also, die Bäume. Gras. Hm. Wo ist das? Wow. Das war knapp. Sehr, sehr knapp. Und der ist aus. Und da bin ich mir sogar sehr sicher. Breakpoint. Breakpoint. Und der ist wieder aus. Out. Moment. Ich muss jetzt mal gucken. Die sagt jetzt nix. Hat Frank... Hä, hat Frank jetzt seine Frisur jetzt? Oder wird der zu Booster Nell? Nee, der wird zu Booster Nell. Booster! Ey, der hat schon... Da geht... Da geht genauso aus wie Booster gerade. Voll lolig, ey. Hatschot! Hatschot! Und wieder ein Schlag. Allein Frank. Fand ich aus? Egal. Kriegst sowieso nicht. Häh! Voll lolly! Voll geil! Geil ist, dass wenn der Ball so kommt und der Schläger erst mal ein bisschen, äh, wird erst mal langsamer. Das ist schon ein Satzball. Okay. Dann machen wir mal mit so'n Spin-Schlag. Nach außen drängen und dann nach links schlagen. So sinnlos eigentlich. Gegen A-Platz hätten wir das so einfach jetzt. Ist das noch einfacher? Also ich kann dir nicht mehr viel sagen, weil es ist immer dasselbe. Deswegen habe ich jetzt auch pausiert. Oder abgebrochen eigentlich. Weil das zu einfach ist. Aber wenn ich schon mal im Daya-Reithof 3 noch weiter experimentiert werden muss. Dann mache ich Topspin eben weiter. Und zur Freude der Topspin-Zuschauer. Die... Der ist aus! Der ist aus! Ich gehe weg! Aua! Du kriegst gleich einen auf die Fresse danach. Nach dem Spiel komme ich jetzt zu dir und schlag dir einen mit dem Schläger. Aber mit deinem. Meiner ist so obergeil. Wenn ich kaputt machen. Zack. Ich dachte, das ist immer zu faul, wenn man... Okay. Kann ich mal am Tischten das auch machen, oder? Der ist weg. Ich liebe 40. Was soll ich denn da noch sagen zu dem Spiel? Also, zu diesem Match. Ich halte mal die Klappe des Nets. Hm. Schlag schon. Egal. Uiuiui. Jetzt geht... Nein, 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 nein. Yeah, Schlag. Baaam. Ui. Das lags. Oder ist das, wenn mein Computer gerade ein bisschen überfordert? Es ist ja lag als Resultat, oder? Mein Computer kann kein Topspin... ...flüssig darstellen. Ja, klar. Aber quasi, es ist 2D, was funktioniert. Wenn ihr euch fragt, warum es so laggt... Die Hypercam war völlig falsch eingestellt. Ich hab aus Versehen den falschen Videocodeck benutzt. Ich hab die... Ich hab so einen ganz schlechten benutzt. Und... Deswegen hat es angefangen zu lag... Nein, Schlag! Hat es angefangen zu lag im Spiel. Also mit Aufnahme. Lief das alles flüssig. Nur... Hypercam hat es falsch aufgenommen. Ich hab, glaube ich, die falsche... Keyframe-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, der Penner. So! Du hast keine Chance. Und Beini! Ich hab noch... Zier-Skill besitze ich auch noch. Ja! Ja! 30-0! Na geil, ist auch dieses... Dieser Part vorbei. Hm. Das ist... Das wird ein sehr kurzer Part. Irgendwie schade. Ich wollte noch mit euch ein bisschen... noch ein bisschen mitspielen. Mit euch spielen. Ja, spielen. Ich kann nicht dafür, dass ich einen Luke kriege. Zack. Okay, der geht vielleicht... Da muss ich mit... Ja, muss ich schlagen. Du dü 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 Ich hab mich so angestrengt. Ja, ja, genau. Jubel. Ja, ja. Ja, Finale gegen einen Peter Horsten. Und das sehen wir im finalen Part. Ich mach nicht mehr weiter in diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, wie gut, wie 534. Hoffentlich ist Peter Horsten gut. Ich hoffe es. Ich bete. Bis dann.